Die nehmen gerade nicht auf. Ganz richtig dabei. Kakao nicht vergessen. Immer Kakao. Sehr gut. Sehr gut. Sehr beliebter Essvorgang ist noch das Saugen der Flakes. Saugen, Flakes, Saugen, Saugen in Englisch. Leicht anlippen, Zunge testen, ob die gut sind, dann saugen. Eine ganz sehr beliebte Technik. Bei den Flakes, der auch ganz sehr beliebt hat. Noch einmal ein Zeichen. Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Noch ein paar Zuhren? Scheiße! Und Mund ist... Also... Ähm... Wir gehen auf jeden Fall. Immer merken... Kornflex... nie alleine essen. Mindestens immer zu zweit. Zu viel war draufgegangen. Alleine nicht. Wollt mein Partner. Mindestens zu zweit... oder zu dreit... oder viel... auf jeden Fall... nicht auf das zweimal in einem Jahr... als mehr, aber dreimal machen. Das ist sehr fatal. Es sind viele gute Flakes, das haben einen draufgegangen. Ganz viele. Ganz viele. Meine... Nein... 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 Nein. Nein... Sie sollen doch... Nein... Es ist... Ahem... Es ist halt in der Richtung... 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 5 5 6 9 10 15 15 16